Ja, ich habe heute unseren Major, unseren Greenkeeper bei mir, weil, wie letztes Jahr, wurde wieder der Pitch of the Year Award verliehen und ihr habt den ersten Platz gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch dir und deinem Team. Wie sehr habt ihr euch denn gefreut? Ja, danke erstmal und die Freude war natürlich riesig, weil wir sind dieses Jahr nicht wie letztes Jahr vorne gewesen von Anfang an, sondern sind von ganz hinten gestartet und sind es im richtigen Zeitpunkt vorne gewesen. Ja, alles richtig gemacht. Wie groß war denn auch der Ehrgeiz jetzt von euch, dass ihr unbedingt den ersten Platz wieder belegen wollt, nachdem es letztes Jahr halt der zweite war? Ja, der Ehrgeiz war wirklich vom ganzen Team riesig. Also bei der Marina angefangen hat, überragende Dokumentation gemacht hat, was ja da dazugehört. Über der John von unserem Partner Rasenwelt, der wo immer noch den richtigen Tipp gegeben hat zum Spieltag hin. Wie der Jens, der wo immer akkurate Linien hier macht im Stadion. Ja, hat immer alles gepasst und ja, großes Lob nochmal ans ganze Team. Was nehmt ihr euch denn jetzt für die kommende Saison vor? Wollt ihr noch was, irgendwas Außergewöhnliches machen oder bleibt es wie letztes Jahr? Ja, klar. Den Ehrgeiz fortsetzen, ja. Unter die ersten drei wieder zu kommen, wäre natürlich toll. Aber andererseits die Trainingsplätze auch auf das hohe Niveau zu bringen und auch auf dem hohen Niveau zu halten, ist natürlich sehr wichtig, weil wir wollen ja nachher viele Punkte hier sammeln. Genau, richtig. Und wie zufrieden bist du denn aktuell mit dem Rasen? Was habt ihr denn auch gemacht, seit die Saison zu Ende ist? Ja, wir haben den Rasen wieder abgefressen wie letztes Jahr. Wir haben jetzt vor drei Wochen eingesäht. Er hat sich ganz gut entwickelt. Aber wie ist es in der Natur so, kann von heute auf morgen alles ganz anders sein. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit dem Zustand sehr zufrieden. Ja, die erste Bewährungsprobe für den Rasen ist ja dann wieder der Max-Liebhaber-Pokal. Was glaubst du denn, dann wird er bis dahin fertig sein? Ja, also wenn man nicht wieder größere Regenflüsse kriegt, wie das öfteren hier doch mal üblich ist, denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Und ja, ich denke, das bringen wir hin. Super, danke dir Major. Bitteschön, gerne gestehen. Danke.